Servus Bremen-Fans, hier ist der Basti B, Bremen-Fan aus Bayern. Von Daumen zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Wie immer geht es um den wunderschönsten Feind auf diesem Planeten. Der DFB-Pokal war schon immer überbewertet. Irgendwie habe ich das Gefühl, niemand überrascht es, dass natürlich der SV Werder Bremen einer der ganz wenigen Bundesligisten ist, die die erste Runde im DFB-Pokal nicht überstehen. Jetzt kann man natürlich die große Keule auspacken und sagen, um Gottes Willen, wir schmeißen jetzt alle raus und wir trennen uns von jedem und wir steigen sowieso ab. Aber wir müssen das natürlich schon richtig zusammenfassen. Du verlierst 3-2 in der 94. Minute, bis zur 90. Minute warst du nie in Rückstand und kriegst mit der allerletzten Aktion den Siegtreffer des Gegners und somit fliegst du sofort raus und hast du nicht mehr eine Chance, darauf zu antworten, weil das Spiel direkt nach dem Tor abgepfiffen wird. Viel bitterer geht es gar nicht und apropos bitter, es ging ja schon bitter los. Also ich sage es gleich, damit alle gleich wieder aufhören können, das Video zu gucken. Ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Ich habe leider parallel einen Kreisliga-Harf ansehen dürfen. Wer zur Hölle macht eigentlich solche Spiele parallel, also ich weiß nicht. Da muss man sich mal absprechen, finde ich. Auf jeden Fall habe ich es natürlich am Live-Taker beobachtet und als ich gesehen habe, dass Amos Pieper in der 11. Minute in der rote Karte bekommt, dachte ich mir, jawohl, so muss das laufen. Ich habe die Highlights gesehen, diese 5-6-Minuten-Videos da, bei der roten Karte ist es wie immer. Ich will jetzt eben Amateurspieler sagen, Verteidiger sagen, lauf da einfach mit dem Trottel mit, lauf einfach Richtung deinem eigenen Tor und zeig dem Stürmer, dass du da bist. Da waren nur 40 Meter hinter dir zu verteidigen. Der war ganz alleine, geht auch nicht in diese scheiß Aktion rein. Ich verstehe das gar nicht. Klar, als Profi, ja, wir sind zweiligen Höhe und Amos Pieper, ich bin ein ganzer Toller und jetzt gewinne ich diesen Zweikampf, gehe hier hopp oder top. Lass ihn doch. Und sogar wenn der schnell ist, lauf da einfach nur mit. Irgendwann kommst du wieder. Lass ihn doch mal denken. Lass ihn doch mal 35 Meter auf ein paar Vlenker zulaufen im heimischen Stadion. Da bin ich mal gespannt, wie viel Eier er hat, ob er den dann reinschippt. Wenn er dann reinschippt, okay. Aber dann spielst du zu 11 weiter und bist 1-0 hinten. So, klar, bist du nicht 1-0 hinten, aber spielst halt 80 Minuten plus X. Mit einem Mann weniger. Ich weiß auch nicht, was er besser wäre. Aber gut, er entscheidet sich da, er hat eine Millisekunde zu überlegen, er macht das Falsche, kommt das Foul, klar, rote Karte. Und dann spielst du einfach mal 80 Minuten in Unterzahl. Dann gehst du sogar noch zweimal in Führung und da muss es halt mal, da muss es auch reichen. Wenn du in Unterzahl zwei Tore schießt bis zweimal vorne, dann musst du Minimum, Minimum musst du dich halt in die Verlängerung retten, aber eigentlich musst du es auch dann einfach mal heimfahren. Aber der SV Werder Bremen, wir verteidigen natürlich, wie immer naiv, Lücke hat es genauso gesagt, wir haben vorne ganz gut gespielt. So wie das geht in Unterzahl, weil die dritte Liga, Viktoria Köln, die sind ja jetzt auch nicht komplett blind. Also sie wissen schon, wie man Halbwegsfußball spielt. Aber klar, nach hinten verteidigen wir wieder, wie es Bremen macht, naiv. Was mich natürlich interessiert, ist die Aufstellung. So als Vergleich, das war meine Aufstellung, die ich vorher gesehen habe. A, im 343, im 9. Sem und B, mit dieser Aufstellung. Da war natürlich Opitz sehr mutig draufzuschreiben, den wollte ich aber sehen. Spoiler Alert. Ole hat natürlich nicht diese Variante genutzt. Er hat natürlich die Sicherheitsvariante benutzt, weil er den Herrn Jung einfach liebt. Und vorne rechts war mir ganz klar, Kovnacki spielt auf jeden Fall, war mir total klar. Wo jetzt hier in diesem Verbund, wusste ich nicht, habe ihn mal rechts hingestellt. Und siehe da, ich hatte nur zwei Falsche. Also ich bin eigentlich schon ganz schön stolz, dass ich das auf der Sechs richtig gesehen habe. Und habe wirklich jeden Spieler hier auf der richtigen Seite sogar. Klar ist im Spiel jetzt nicht so ganz entscheidend, ob sie halb links, halb rechts spielen, die Leute. Weil die bewegen sich eh im Profifußball. Aber fand ich schon gut, dass hier Jung und Opitz, ja okay, das war mir fast klar. Ja, dass er den Jungen spielen lässt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, Ole. Lass doch mal den Jungen Opitz spielen und dann nach der Halbzeit kannst du wieder auswechseln. Das ist doch einfach der Wechsel auf den ganzen Planeten. Und wenn er gut spielt, lässt er ihn länger spielen. Der Jungen ist alt genug, der darf dann schon irgendwann später noch spielen. Ich kann es nicht verstehen. Aber rechts, Kovnacki war, der hat gar nicht gespielt. Das ist gar eingewechselt worden. Das ist ja total irre. Also grüffnig im Kader, war schon wirklich schon spannend. Romano Schmid finde ich natürlich geil, dass er gespielt hat. Aber hat mich schon sehr überrascht. Also weiß nicht, was ich damit halten soll oder damit anfangen soll. Aber okay, hier rote Karte. Kriege ich wieder Ärger, weil ich rot und grün mische. Aber die Karte ist nun mal rot und mein Hintergrund ist nun mal grün. Da können wir jetzt nicht vorbei. Pieper kriegt eben die rote Karte. Und ja, ich kann jetzt wenig zur Taktik sagen, weil ich das nicht gesehen habe. Aber ich finde es schon mal nicht schlecht, dass ich mit der Aufstellung her gar nicht so weit weg war. Okay, und was machen wir jetzt für ein Fazit? Wie ist es denn raus aus dem DFB-Pokal? Das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe. Das darf dir nicht passieren. Auch wenn du in der Unterzahl zu lange bist. Wenn du zweimal vorne bist, dann gewinn doch dein komisches Spiel. Aber wir müssen es positiv sehen. Wir können uns jetzt ganz auf die Liga konzentrieren. Irgendwas müssen wir ja sagen. Und am Freitag kommt das einfachste Spiel des Jahres. Gehen in den FC Bayern kann man nur gewinnen. Damit Feuer und Eifer rangehen. Und dann sind auch mal die Bayern fällig. Denn der Ole macht das schon clever. Weil die Bayern haben eh Probleme. Die sind gefühlt der schwächste FC Bayern seit Jahren. Und B, wenn sie denken, ach, die Bremer können eh nichts. Also wir wiegen die Bayern in Sicherheit. Und schlagen dann zu. Ich freue mich schon riesig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Bassi B, Bremen-Fan aus Bayern. Und darum zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moin. Servus.